Willkommen zu Minecraft Projekt Survival und ja, ich bin da wieder nicht alleine, ich bin immer noch bei den gleichen beiden Schwachmarken, Leon und Mia, die Fans auf mich gerade beim Pop, für alle hat, wo ist mein Bett? Ich möchte natürlich auch schon mal Popshop-Media grüßen, gerne, weil die haben mir auf einer Welt mal richtig weitergeholfen mit der Innenrichtung und Außenrichtung, muss ich echt sagen, Dankeschön oder auch im Namen Metos für die witzigen Sachen, ey, das geht gar nicht, ich lache mich jedes Mal schäckig, kannst du Leon fragen mit dem Coca-Cola-Tobac, ich konnte dich einen Moment nicht lachen. Ja, stimmt, oder ich kann meine Weizen da anbauen. Wie du recht hast, hast du recht. Wie du Pech hast, hast du Pech. Oh Nils, ich kann das nicht lachen. Du wirst sterben. Ey, Mia macht jetzt die ganze Aufnahme kaputt, die hält total falsch und so. Aber jetzt machst du das gerade gut, würde ich echt sagen. Und ich möchte noch eine Sache sagen, bevor wir dann irgendwie ins Ernste wieder gehen, möchte ich noch eine Sache sagen. Wer hat gestern von euch zu Hause in die Lücke geguckt? Ja, das, ja, das, ja, du hast mal, das hatte ich hingebaut. Aber ich hatte keine Spitzhacke mehr, weil ich, weil ich hier doch, ja, du wurdest gerufen. Ja, ich bin gleich wieder da. Haha. Und da war es im Fluss, da hat, ähm, eine Kameradin mit anderen Kameraden einfach, ähm, angemalt. Oh, du machst das echt gut, Mia. Ich bin stolz auf dich. Ich hab keinen Bock. Mia, ich bin stolz auf dich. Und ich bin selten auf jemanden stolz. Und du musst auch nur noch, ähm, 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 jetzt muss ich rechnen. Ich bin so doof, mich zu rechnen. Ich hab jetzt keinen Bock. Elf Minuten. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin vierte Klasse, ich weiß, ob der war. Ich muss auch, ähm, elf Minuten und 18 Sekunden. Ha, guck, du hast nur mein paar Sekunden verfahren. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Weil ich bete, weil ich guck was. Fest dazu. Mia, bitte nicht so wackeln. Pumst, pumst. Mia, wir bekommen dadurch Geld. Und wir bekommen dadurch YouTube-Freunde, äh. Also, nicht so machen, höh. Ich, ich cooler Türke bin. Ich auch. Du nicht. Ich auch. Du nicht cooles Türken-Stimme hast, äh. Ich auch. Du nicht cooles, Gurken-Gurken-Gurken-Gurken-Stimme. Sorry, nix gegen die Türken, aber ich mag generell eigentlich Türken. Ich habe auch einen Freund, der ist Türke. Und er ist... Wer ist der Hitler? Nein, der ist ein Arschloch. Mit dem will auch niemand der Freund sein. Schwimmbad! Hey, guck mal, das ist doch echt wie ein Schwimmbad. Plankchen, 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 Plankchen. Ja, von wem haben wir das denn wohl? Plankchen, Plankchen. Von Nana. Ach, Pumpe! Vier Minuten machen. Nein, wir machen doch kein Video für vier Minuten. Mia, du wirst doch bekloppt. Mia, halt gut weg. Na gut, hier duf es jetzt. Ich übernehme das jetzt. Was? Nein! Nur fünf Minuten. Pumst, 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 Pumst. Junge, ich habe gute Sachen. Ich habe mein ganzes Mentat voll mit Eisnerz. Aua, Leon! Da sieht ihr, wie der große Bruder seine kleine Schwester nervt. Aua, Leon! Du Blödi! Dann sehe ich... Ich hätte gerade gesagt, hätte ich nicht meine Rede aufgehört, hätte ich gesagt, da sieht man, wie ein großer Bruder seine kleine Schwester in der Axt sind verbrückelt. Aua, Leon, wir gehen mit jetzt irgendwie... Ach, der Welt, vom Bruderfeld, da wo die Kacke vom Penis fällt. Ey! Leon, warum hast du nicht die Kacke? Sorry, ich wollte sagen, vom Himmelsfeld. Was? Warum hast du nicht die Kacke? What the... Ey, weißt du, wie viele Gigabyte, weißt du, wie viele, ähm, Dings das hat? 711 M. Ich weiß nicht, was das M bedeutet, aber... Leon, bring dich mich dahin. Das ist gerade voll verschwommen hier. Leon, bring dich mich schon durch. Piu, puu, 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 puu. Leon, was, 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 was? Bring dich nicht zu? Wow, was ist denn mit deinem Himmels, Carlos? Ja, ich kann das nicht sehen, weil das immer zu hell ist. Könntest du die Helligkeit mal ein bisschen runterfahren, Leon? Auf Einstellungen. Das ist zu hell. Obwohl, nee, das mache ich gleich. Nein, hier nicht, sondern auf der Blazey da, das ist einfach zu hell. Ach so, auf der Blazey. Ja, man sieht ja nur Balken, wenn nicht. Einstellungen. Grafik. So, in Ordnung? Mindestens sieht man jetzt unten die Leiste. So, in Ordnung? Äh, eure Leisten sind jetzt weg. Lol. Mach doch mal wieder ein bisschen heller. Okay, mach ganz hell. Nein. Gott, kannst du mich teleportieren zu dir? Das geht nicht. Dann kannst du mich... Das geht nicht. Kannst du mich... Hol... Kannst du mich zu dir bringen? Ja, stopp. Stopp. Die Leiste ist wieder da. Ja. Geh wieder raus. Hallo, hör auf, hör auf, hör auf. Die Leiste da unten wird immer heller. Nein, die wird immer besser. Nein, man erkennt dann, die Sachen da drin sind nie. Mach wieder dunkler. Ja, ich sehe jetzt deine Sachen da oben so gut wie gar nicht. Zeig mal. Aber du siehst, dass ich ein Schwert in der Hand habe. Ja, das sehe ich. Leon, kannst du mich zu mir bringen? Leon, bring mich zu mir. Ja, wieso kannst du kein Minecraft spielen? Weil du mich getötet hast. Das ist Nils schon. Ne, Nils? Gibst du selber zu, oder? Ich Kameramann bin. Ich Kameramann bin. Das tut doch gar nicht in den Armen weh. Da sieht ja ein dummen Steve, der da mit dem Smoking rumläuft. Hallo, 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 hallo. Flach ihn, flach ihn, Mia, flach ihn. Der Leon hat den Controller. Hallo, 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 hallo. Ey, das ist mies. Das ist mies. André. Wer stirbt? Und er ist tot. Wer stirbt denn? Hallo. Sie stirbt. Die Leiche, die liegt in der Luft und nicht auf dem Boden. Leon, kannst du mich nochmal zu dir bringen? Guck mal. Mahalelu, nur der Mann im Mond. Schau zu in den Fluss. Ja. Oh, Leon, Leon. Ach, das war knapp. Boah, Alter, ich hab eine Keule. Als erstes. Hasta la vista, Baby. Hallo. Hasta la vista, Baby. Aber bitte, bitte, bitte. Alter, bitte, bitte. Alter, ich bete gerade, ich bete gerade, nur einen einzigen Daumen hochzubekommen. Ey, was ist denn in der Kiste drin? Ich sehe ja nur einen weißen Klotz, männlich. Oh, echt? Ey, Leon, guck mal, was ich gucke. Oh, nein. Oh, nein. Ich hab das Video. Leon, egal, das lade ich jetzt hoch. Ich lacht, ich will auf jeder Schecke. Leon, guck mal. Leon, du hast eine schöne Brille. Die nehme ich gerade auf. Yeah. Du siehst gerade so aus, wie so ein Homos. Leon, guck mal. Du siehst gerade so aus, wie so ein Homos. Nein! Was? Die Mia stirbt schon vom Anblick. Okay. Oh, er hat er aufgestanden. Leon, wie lange soll die Aufnahme gehen? Wir sind jetzt bei 10 Minuten und 12 Sekunden. Ja, 11 Minuten und 15 Sekunden. Noch 3 Minuten. Okay. Was? Wie viel sind wir jetzt? 10 Minuten und 26 Sekunden. Ja, ich wollte noch ein Juni. Ja, das kannst du auch im Nächsten. Dann schreibe ich nächstes Video ab in die Männer. Ich weiß schon, wie ich diese Aufnahme auf dem Titel nehme. Yo! Leon wird vom Enderman geschlagen. Hey, Leon wurde vom Enderman erschlagen. Ah! Meine Liebe, yo! Oh, was ist denn da? Ich habe einen Schwanz. Einen Unterwundenschwanz. Ein Äpfel. Ach, das. Was? Das haben Tiere doch. Ach, das ist der Enderman. Oh, er brennt. Er brennt. Ei, ich brenne ihn vor. Oh, yeah. Ja, so licht. Dello. Ab in the Mane. Oh, Leon, guck mal, wie hoch ich bin. Oh, Leon, guck mal, wie hoch ich bin. Oh, Leon, guck mal, wie hoch ich bin. Oh, nein. Da greift mich schon an. Keiner. Die Mia stirbt, weil die zu hoch ist. Ey, oh! Die Mia stirbt einfach, weil die zu hoch ist. Ui, ich fall runter. Ui, was? Mia ist auf dem Boden aufgeschlagen. Nutzer 1 ist auf dem Boden aufgeschlagen. Da steht aber, das sollte heißen, mit 260 kmh auf dem Boden aufgeschlagen. Oh, wie viel Weit lassen? Oh, wie viel Weit lassen? Wie viel Weit lassen hat das? Weil du mich gedürzt hast und mir meine Sachen weggegeben hast. Es tut mir echt leid, dass manchmal der Bildschirm so hell ist. Ich kann mir noch einen Dosen machen. Ey, du kleiner... Leon, eine Minute noch, also nur noch 30 Sekunden. 30 Sekunden? Ich würde jetzt Abschied nehmen. Okay, okay. Also, ich würde sagen, das war's wieder für diese Folge und wir sehen uns in... Warte. 10 Sekunden wieder. Nein, 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 nein. Ich würde sagen, wir hören auf heute mit. Ich würde noch meinen Zufall sehen. Ach, das können wir ja gleich besprechen. Bis dann, ist ja nett. Tschüss. Haben die erste Kunde. Say goodbye. Sagst du auch noch tschüss? Äh, ja, tschüss. Tschüss. Und du? Die Sprachlust, die spricht nicht.